Modetrends dürfen auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das schaffen auch die Newcomer unter den Waldhofener Wirtschaftstreibenden. Ich bin der Dominik Stixenberger. Ich freue mich, dass wir heute in Waldhofen unsere Eröffnung haben. Es macht voll Spaß. Wir haben jetzt die Marke Sage Cheese. Als Franchise-Kooperation nutzen wir die Marke mit. Ich habe ein eigenes Fotostudio, das ich seit 2011 betreibe, umgebaut in ein Selfie-Fotostudio. Das heißt, man kann eigentlich nach Belieben das ganze Studio nutzen. Es gibt verschiedene Hintergründe, verschiedene Böden. Es gibt eine sehr gute Beleichterung drinnen. Das heißt, es macht auch wirklich Spaß. Die Fotos schauen dann richtig knackig und cool aus. Und man kann mit einem Selbstauslöser sich einfach selbst fotografieren, die eigenen Ideen umsetzen. Ich finde das total super für die Leute, weil es ist eh oft so, dass man einfach durch die Kommunikationsschnittstelle mit den Fotografen dann vielleicht an gewisse Dinge gar nicht denkt, weil man auch nervös ist. Man hat da ein Gegenüber und so. Und in dem Studio ist es einfach so, da kann man sich selbst verwirklichen. Und ich finde das echt, mir macht es selber Spaß. Ich habe da schon einige ganz coole Fotos gemacht. So bekommt das Selfie gleich eine ganz neue Bedeutung, denn gearbeitet wird mit Hightech-Equipment. Im Studio selbst sind drei Kameras montiert im Moment. Es wird dann eine Vierte noch dazu kommen. Das heißt, man kann sich vom Boden nach oben fotografieren lassen. Eine normale Perspektive, da kann man schöne Portraits machen zum Beispiel. Oder von oben, von der Decke runter. Die Buchung bei CGS funktioniert im Prinzip relativ einfach. Man braucht sie nur im Internet unter cgs.at anmelden. Und da gibt es dann den Button Freie Termine. Unter dem kann man das Studio Weidhofen aussuchen. Und dann hat man einen Terminkalender. Man sieht dann quasi am Montag, Donnerstag, Freitag und Samstag die freien Termine. Und man kann sich den aussuchen, der einem am meisten gefällt. Die Session einfach anklicken, die man haben möchte. Und buchen. Und dann braucht man nur mehr vorbeikommen und der Spaß geht schon los. Jetzt braucht es nur noch ein paar ungewöhnliche Ideen. Und dann kann es schon losgehen mit dem Shooting. Man kann auch gerne zum Beispiel eigene Haustiere mitbringen. Man kann sich einfach Ideen im Vorfeld überlegen. Ich bin auch offen dafür, dass man das gemeinsam bespricht. Da könnt ihr mich gerne anrufen oder bei CGS einfach anrufen und ihr kriegt dann meine Nummer. Und man bespricht es dann einfach, was ihr umsetzen wollt und man wird sicher einen Weg finden.